Eins. Hallo ihr Lieben. Hi Leute, was geht? Ich hab vorher gedrückt. Man hört noch meinen Countdown. Drei, zwei, eins. Ja, das machst du immer so. Dann steigt die Spannung und niemand weiß eigentlich, wer anfängt. Weil das legen wir ja nie vorher fest, ne? Das stimmt. Wer anfängt. Das ist immer so ein Gefühl. Das ist ja auch, warte mal, es gibt zum Beispiel die Art und Weise, wenn manche Klassen, also Lehrer haben gesagt, dass man durchzählen soll. Und das Witzige ist, dass man schon immer ein Gefühl hatte darüber, wann man dran ist, das zu sagen. Kennst du das mit dem selber durchzählen, dass du 25 Leute hast und er sagt, zähl mal durch und dann fängt halt jemand an eins. Und dann sagt der nächste zwei, drei und ohne, dass es vorher abgesprochen ist. Und es funktioniert, weil man... Ohne, dass es nach der Reihe geht. Ohne, dass es nach der Reihe geht, dass es abgesprochen ist. Es funktioniert, weil man aufeinander guckt. Rücksicht. Ja, also guckt, ne? Also nicht nur, dass ich dann jetzt voll den Move mache und dann mich melde und sage drei, sondern man spürt das. Ja, am längsten hat es immer gedauert bei der Eins. Lass uns mal anfangen. Okay. Eins. Zwei. Drei. Ja. Da hast du noch nicht zu Ende gedacht. Bei uns ist ja nur abwechselnd Video. Lass uns anfangen. Eins, zwei, drei. Ja, das ist witzig. Aber ihr wisst, was wir meinen. Ich hatte immer voll, womit ich immer Schwierigkeiten hatte, ist so, oder nicht Schwierigkeiten, aber wenn man irgendwie in der Reihe durchgegangen ist, was so Hausaufgaben oder etwas vortragen, dass ich mir da immer schon voll die Gedanken drüber gemacht habe, bevor ich überhaupt an der Reihe war. Ja. Weißt du, du wusstest ja, du bist jetzt, du bist der Über, Über, Übernächste. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Und da muss man immer so ein bisschen drauf achten, was könnte der davor gefragt werden und was wird man dann selber gefragt? Boah, ich erinnere mich aber, also ich weiß gerade nicht hundert Prozent, was du meinst, aber ich erinnere mich voll, wenn ich wusste an Vorträgen, dass man irgendwie noch zwei vor einem sind, das war immer so schlimm. Ich fand das auch, ich fand, das davor war für mich immer viel schlimmer als der Moment, wo ich es dann eigentlich hatte. Also ich fand es viel schlimmer zu wissen, jetzt sind noch zwei vor mir. Ja, natürlich, das ist immer das, du willst ja auch hinter dich bringen. Aber du willst auch nicht unbedingt als Erster. Ja. Ja. Stimmt. Doch die Male, wo ich es aber als Erstes gemacht habe, es war immer eigentlich am besten. Ja, stimmt. Dann kannst du dich nämlich auch zurücklehnen. Kennst du dann das Gefühl, wenn du dann als Erster dran warst und voll glücklich bist, dass du es geschafft hast? Ja. Und dann der Nächste kommt und einfach der Vortrag etwa 50 mal besser war und deine ganze Freude einfach so im Keller ist, weil du gemerkt hast, wie schlecht vorbereitet du warst. Ich war auch, ja, es waren auch immer Leute viel besser als ich in solchen Sachen. Also, ja, ich war immer sehr gut im Präsentieren. Ich dachte, also ich konnte halt schon auch so reden und so moderieren mäßig, aber inhaltmäßig. So in der Schule schon so, Flo ist ein Supermoderator. Wir hatten immer so eine Podiumsdiskussion über so politische Themen und jeder von uns, also meine Gruppe, jeder war quasi, sind ja auch bald Wahlen, jeder war eine Partei, also eine Person war eine parteimäßig. Und ich war quasi der Markus Lanz und ich habe dann immer so hin und her jongliert. Und was unser Lehrer, das war, weiß ich noch, so an der Oberschufe unsere beste Note mit Abstand, da haben wir, glaube ich, alle irgendwie 13, 14 Punkte bekommen. Als unser Lehrer nicht wusste, wir hatten uns, also es ist jetzt auch nicht spektakulär, aber wir hatten uns halt vorher getroffen und haben alles runtergeschrieben. Also, wir wussten, es war alles geskriptet und er dachte, es war eine Diskussion, weil es ging schon so 20 Minuten, aber von meinen Einwänden über, ja, was sagt denn die SPD dazu, zu, es war jede Antwort, jede Frage war komplett geskriptet. Und wir hatten den Lehrer neu und der war halt so geflasht von uns, dass er dachte, so... Und jeder andere Lehrer hätte gewusst, dass ihr geskriptet habt. Die Lehrer, die uns davor hatten, wussten, dass wir jetzt nicht die hellsten Gärts auf der Torte sind und er war halt so geflasht, dass wir alle so im ersten Semester irgendwie 13 Punkte im PgW oder so hatten. Das ist sehr witzig. Aber ich habe auch mal, wir haben mal so ein zwei Wochen Ding gemacht beim offenen Kanal in Kassel und da musste man selber eine Show erstellen. Und ich habe auch noch die DVD, wir waren so in der fünften, sechsten Klasse und jeder hatte sozusagen ein Thema, was er dann redaktionell behandelt hat, gefilmt hat, geschnitten hat und so. Also, es war richtig witzig. Und bei der fertigen Show, also es war wie die Tagesshow sozusagen, muss es natürlich, muss es auch eine Moderatorin geben. Und wer war die Moderatorin? Du. Ich war es natürlich. Und dann, weiß ich noch, das war... Achim hieß der. Ich weiß gerade gar nicht, wie mit einem Nachnamen. Auf jeden Fall meinte er so, Melissa, wow, du bist so eine talentierte Moderatorin. Ich bin mir sicher, dass du irgendwann in diesem Beruf arbeiten wirst. Ja, sie ist so, Achim, guck mal. Achim, ey. Guck mal, wo sie jetzt gelandet ist. Jetzt sitze ich hier und mache einen Podcast. Meine geskriptete Show war übrigens nicht in der fünften Sonne, wie man in der elften Klasse. Ihr wart einfach schon so erwachsen und habt euch so gedacht, ey, wir ficken den Lehrer jetzt richtig. Der wird noch sehen. Oh Gott. Wir sind die hellsten Kerzen hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die zweite Folge nach der Sommerpause, Folge Nummer 123. Eins, zwei, drei. Letzte Chance. Eins, zwei, drei. Wir haben ein paar Sachen für euch vorbereitet, aber ich würde sagen, wir starten erstmal mit der Frage an Melissa. Du nimmst dir ja voll die Moderationsrolle an dich. Ich bin nochmal zurückgegangen, wie ich das damals gemacht habe und merke einfach, wie mich das inspiriert, mein kleines Ich. Bist du bereit für meine Frage an Melissa? Ja. Es ist aber ein bisschen dieper heute. Okay. Aber es geht, also muss auch nicht diep sein. Jetzt kommt's. Hast du einen Traum? Und wenn ja, hast du einen Traum auch schon mal abgehakt beziehungsweise aufgegeben? Gut, ne? Ich finde so Fragen mit Träumen können entweder voll oberflächlich wirken oder nicht diep. Ist voll witzig so. Ist so, ne? Deswegen, ich hab erst gedacht, oh nee, jetzt wird's voll deep und man kann's aber auch voll oberflächlich beantworten. Voll, weil so dieses, kennt ihr das, wenn dann diese Leute immer diese Traum, so Folge deine Ziele, so Dream und bla bla bla, dann das Musical Fame oder wie das heißt, so Verfolge deinen Traum. Also man denkt dann immer an so diese Hollywood-Geschichten oder so, keine Ahnung, Tänzer-Karrieren oder sowas, wo man so seinen Traum verfolgt und irgendwie, manchmal ist das so ein bisschen oberflächlich behaftet, findest du nicht? Weil, wisst ihr, was ich meine gerade? Ja, es kommt halt drauf an, finde ich, wie wird das assoziiert. Viele assoziieren das mit was Beruflichen und bei mir wäre es zum Beispiel viel mehr was Privates, glaube ich. Also wenn ich das für mich beantworten müsste. Also ich muss sagen... Was aufgegeben beziehungsweise abgehakt hast du, glaube ich, noch nicht, oder? Ich habe aber auch keinen Traum. Der einzige Traum, den ich habe, da haben wir auch mal drüber gesprochen, ist irgendwann eine Familie zu haben und irgendwie ein vollkommenes Leben zu haben. Und das ist ehrlich gesagt erst, wenn ich so ein bisschen schon mit meinem Leben abgeschlossen habe und sage, jetzt kann es auch vorbei sein. Warum denn mit deinem Leben abgeschlossen? Ich wünsche mir ein Leben, wo ich irgendwann mal drauf zurückblicken kann und sagen kann, danke, dass ich hier sein durfte, ich habe das Beste daraus gemacht und jetzt ist es auch okay für mich. Ja, ja, aber dann, zu dem Zeitpunkt willst du dann erst die Kinder bekommen? Nein, nein, dann ist alles schon passiert. Das ist mein Wunsch oder das ist mein Traum. Ich glaube, eigentlich ist das gut. Mein Traum ist es, irgendwann auf ein vollkommenes Leben zu blicken und wirklich schon an dem Punkt zu sein, dass ich sage, wenn es jetzt vorbei ist, ist es auch okay. Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als Angst vor dem Tod zu haben und die ganze Zeit zu denken, man will noch nicht gehen, man will noch nicht gehen. Aber es ist klar, dass man irgendwann geht. Und klar wünsche ich mir auch, dass es nicht allzu früh ist, aber ich will ehrlich gesagt auch nicht allzu spät sein, sterben. Ich will nicht so... Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, das wäre so mein Traum und ich glaube, irgendwann würde ich schon sagen, das habe ich abgehackt. Bisher, gut, vielleicht damals war mein Traum, doch, das war schon mein Traum, dass ich in dieser Ein-Model-Agentur bin, also unterzeichnet hätte, habe, also einen Vertrag habe. Und das, das hatte ich dann ja geschafft. Und deswegen habe ich wahrscheinlich das schon abgehackt, aber mehr fällt mir jetzt auch nicht ein. Ich habe übrigens gar, ich, also ich beschäftige mich wirklich, aber ich glaube viele, ehrlich gesagt, ich beschäftige mich original zu 0,0 Prozent mit dem Tod. Deswegen glaube ich, dass du auch so bist, wie du bist und so ein bisschen nicht siehst, wie endlich das Leben ist. Ich beschäftige mich, also mir ist das so, wenn das irgendwie, es betrifft doch auch immer viel mehr die Leute um dich rum, die, also die trifft es ja. Flo, das ist so ein schlechter Ansatz. Wir müssen auf Holz klopfen. Das ist ganz falsch. Das ist doch das, man sagt ja immer, man denkt immer, es sind nur die anderen und plötzlich erwischt es einen Knall halt selber. Und dann kommt es knüpkelt. Nein, das meinte ich doch damit nicht. Ich meinte doch, wenn ich jetzt sterben würde, dann wäre das für mich ja mäßig, ich bin dann halt tot. Nein, es geht aber auch darum, dass du selber mit dir da im Reim bist, weil dein nahes Umfeld immer davon genauso betroffen sein könnte. Und ich glaube, wenn du selber mit dir auch da einfach so ein bisschen im Reim bist und auch das realisierst und auch wenn es manchmal voll schlimm ist. Manchmal gibt es einfach so Tage, also Gott sei Dank nicht mehr so schlimm, aber ich hatte jetzt letztens sowas, wo ich wirklich, was mich zerrissen hat, weil ich voll an den Tod gedacht habe. Und ich weiß noch, dass das ganz früher in meinem Hochbett, als ich ganz klein war, dass ich manchmal wirklich so eine Phase hatte, wo ich so viel an den Tod gedacht habe und so Angst davor hatte. Boah, ich habe so viel geweint schon. Und dann habe ich aber irgendwann so gecheckt, okay, alles gut, jeder muss sterben und das ist halt so, das Leben ist halt so. Aber manchmal kommt es noch, wo ich so denke, wir sind einfach irgendwann alle weg. Da gibt es aber voll die Unterschiede. Also man merkt das ja schon dann an uns beiden. Ich beschäftige mich gar nicht damit und du wahrscheinlich noch nicht mal viel im Vergleich zu anderen. Nein, ich beschäftige mich nicht viel damit. Aber es ist für mich auf jeden Fall gegenwärtiger als bei dir. Und ich denke halt so, manchmal ist das auch voll, auf der einen Seite, das hatte ich ja schon mal gesagt, manchmal ist es voll der schöne Gedanke, wenn man irgendwie das Gefühl hat, es ist irgendwie endlich und es wertet das irgendwie alles auf. Ich weiß nicht, ob dieser Moment kommt, auf den du dich hinsehnst, dass du sagst, jetzt wäre es auch okay. Soll ich sagen, warum nicht? Warum nicht? Weil ich glaube, wenn es in die Familien, wenn du irgendwann eine Familie haben solltest, lebt ja immer in Anführungsstrichen unter dir was weiter und du siehst ja was wachsen und eventuell dann wieder irgendwas wachsen und ich glaube nie, dass der Moment kommt, wo man sagt, weißt du, was ich meine? Also ich habe den Original, den Satz mal von meiner Oma gehört, deswegen glaube ich schon daran. Eine andere oder? Nein, eine andere. Meine Adoptiv-Oma. Ich habe sozusagen ein Großelternpaar, was in mein Leben reingewachsen ist. Und dann war es halt wirklich mal so, dass ich gesagt habe, jetzt ist es auch okay. Weil das Ding ist, es ist auch unrealistisch, dass man noch das Ur-Ur-Ur-Ur-Enkel irgendwie mitbekommt und deswegen muss ja Schluss sein. Und ich glaube, wenn das eigene Leiden, auch das körperliche Leiden irgendwann so groß wird oder anfängt, dass man abbaut, so dass man sagt, okay, es wird langsam einfach nur noch anstrengend, auch wenn man jetzt nicht zum Beispiel komplett, es kann ja auch sein, dass man einfach nur merkt, dass man einfach müder wird, was auch okay ist. Aber dann ist dann vielleicht irgendwann so auch das Gefühl da, dass man sagt, okay, es verändern sich einfach so viele Sachen. Auch wenn mir selber darf es ja auch nach irgendwie 80 Jahren. Voll, ich habe auch schon mit älteren Leuten geredet, irgendwie zwischen 80 und 90 oder sogar 90 aufwärts, wo man das auch gespürt hat, dass die so mäßig einem das spüren lassen. Es ist auch okay, wenn es jetzt nicht mehr weitergehen würde. Genau, voll. Stimmt, vielleicht. Ich bin da noch auf diesem, weißt du, was ich gedacht habe, ne, Urenkel oder so und dann es kommt ständig was. Das ist ja schon ein großer Traum auch für Großeltern. Also zum Beispiel bei uns in der Kultur, so in Jugoslawien und so, weiß ich, dass das immer voll das Ding war. So werden wir noch unsere Urenkel erleben und sowas. Ja, ich würde ja schon bei Enkeln sterben, glaube ich. Ja, ja, voll. Aber Urenkel ist nochmal ein krasses Ding, sozusagen. Nicht wortwörtlich sterben, sondern also vor Glück sind, glaube ich, Enkel. Ja, das ist schon schön. Hast du denn einen Traum oder hattest du mal einen Traum und dann hast du abgehakt oder? Oh Gott, jetzt kommt es. Naja, meine Tenniskarriere. Die hast du dann nahe gegangen, die hast du nicht abgehakt? Nein, nee, tatsächlich nicht. Achso, hast du einen Traum nochmal Tennis zu spielen? Nein, das war ein Witz, dass wir damals auf dem Feld waren und so gedacht haben. Das war auch witzig. Ja, ja, ja. Alexander Zverev. Nein, damals... Soll ich dich nur noch Alex nennen? Damals waren es noch andere Spieler, die da ganz oben mit dabei waren. Boris? Nein. Wer? Roger. Ah, okay. Roger. Alles Roger. Nee, also deswegen meinte ich vorhin, voll viele haben da was Berufliches. Bei mir ist es nur privat. Also so... Also bei mir zu 100 Prozent, und das haben ja manche auch nicht so, glaube ich, und das finde ich aber auch voll okay, wenn man das nicht hat, bei mir zu 100 Prozent Kinder. Voll. Oder ein Kind halt. Ich überlege jetzt auch gerade, von meinem nahen Umfeld wüsste ich jetzt auch nicht, also eine würde mir jetzt einfallen, die dann mit ihrem Partner ein Café eröffnet hat, und da merke ich richtig, das ist schon auch deren Traum gewesen, den sie erfüllt haben. Voll schön. Nee, aber sonst ist es bei mir nichts. Also... Aber es wäre ja voll schön, mal so Geschichten zu hören, ob jemand mal so einen Traum hatte, den er dann erfüllt hat. Es kann ja auch mal so... Es gibt bestimmt viele, die schreiben so, ich wollte schon immer mal ins Disneyland. Das kann voll der Traum sein. Voll. Ich habe auch, wie gesagt, voll viele Bekannte, die sich beruflich so Träume setzen, also einen Traum haben und den dann erfüllen. Das sind halt viel kleinere Träume. Also Hürden würde ich das fast eher nennen. Aber es ist ja auch voll schön, wenn man so Träume hätte, die wirklich so im Privaten nur stattfinden würden. Also Traum, ich wollte schon immer mal nach China oder auf die Chinese Social Mauer. Aber... Schreibt uns dann, 2020.atgmx.de. Über eure Träume und ob ihr sie erreicht habt oder noch nicht. Genau. Bevor es zum Dada geht, Dinge aus dem... Alltag, zwischen Sachen, die einem eigentlich egal sein könnten und der Zukunft dieser Erde. Kommen wir kurz zu einem Partner der heutigen Episode. Und zwar ist das Ipalat. Ich denke, die Ipalat-Halspastillen sagen euch allen was. Irgendwann im Leben ist, glaube ich, jeder mindestens einmal mit dieser runden Dose und den Pastillen in Berührung gekommen. Wenn nicht mit den Pastillen, Melissa, dann aber mit dem Jingle. Na klar, aber diesmal bist du dran. Ich bin, glaube ich, mal dran. Ipalat, Ipalat, tut dem Hals gut, Ipalat. Ich fand das gut. Die Pastillen gibt es schon seit 1937 in Apotheken und sind beliebt bewährt seit Generationen. Sie haben eine unverkennbare Komposition aus der Primelwurzel Anis und Fenchel. Sie sind sehr lecker. Sie helfen euch bei Halskratzen, Heiserkeit und Hustenreiz und sind super für die Stimmpflege. Also perfekt quasi für uns als Podcaster und Podcasterinnen. Ich bin jetzt auch als Sängerin und Sänger. Genau, ich bin jetzt auch quasi Sänger. Also, falls ihr demnächst mal wieder Heiserkeit verspürt oder ihr zu viel mit den Kolleginnen geredet habt, denkt an Ipalat. Denkt einfach dran. Werbung Ende. Ende. Dinge aus dem Alltag. Genau. Wir haben heute mehrere. Ich habe mehrere vorbereitet. Ich hoffe, du bist ready. Ich bin ready. Dada Nummer eins. Es sind mehrere kleine. Also es ist jetzt nicht, wo wir, glaube ich, viel ausschweifen werden. Also. Ich hoffe, ich kann das jetzt gut erklären. Also Dada Nummer eins ist. Soziale Unternehmung bereut man nie, auch wenn man vorher keine Lust hat. Jetzt weiß ich zum Beispiel nicht. Sind nur wir so faul, was soziale Unternehmung angeht? Und deswegen trifft das Dada vielleicht nur auf uns zu? Nein. Ich weiß zum Beispiel, meine Mutter hatte eigentlich auch nie Lust auf sowas. Auch so Freunde treffen, ne? Genau. Und wenn sie dann sich fertig gemacht hat, hat sie immer gesagt, naja, was soll's. Wenn man keine Lust hat, wird's ja bekanntlich am schönsten, so nach dem Motto. Und das hat sie immer gesagt und es wurde dann. Und das würde auch genau darauf zutreffen. Jetzt muss ich sagen, das hat dann auch so sich bezogen auf irgendwie Firmenfeiern, Weihnachtsfeiern oder was weiß ich. Auch wenn sie, also keine Ahnung, das hat ja mehr Potenzial, cool zu werden. Wenn man so sagt, ich habe eigentlich, ey, ich kann Bock jetzt auf das Team essen. Oder was weiß ich. Ich finde das Potenzial auf jeden Fall, dass es cool wird. Finde bei 1 zu 1 Treffen, auch wenn man keine Lust hat, hatte ich jetzt auch in den letzten Jahren so, hat es sich eigentlich bestätigt. Und selbst wenn es so eine Aussage... Dass es besser wird als gedacht? Nein, dass es scheiße wird. Also dass man sie bereut. Und dann ist... Dass die Vordings eigentlich so nervig ist und dass man sagt, eigentlich habe ich keine Lust. Und im Endeffekt war es jetzt auch nicht so doll. Also entgegen meiner These. Entgegen deiner These. Ich weiß, die These stimmt in vielen Sachen. Vielleicht in Gruppen? In Gruppen, wo ich sage, das hat Potenzial. Das meinte ich gerade mit Aktivitäten, die Potenzial haben. Aber es gibt einfach ein paar andere Sachen, wo ich sage, nein, auch mit viel gutem Willen wird es einfach scheiße. Weil man genau... Aber es ist dann meistens nicht einfach nur zu lang gewesen. Ach, unsere lange Theorie. Ja, ihr könnt nämlich auch euren Freunden sagen, dass ihr euch einfach mal kurz sehen wollt. Ganz ehrlich, aber... Und das ist einfach Fakt. Man... Zeit verfliegt einfach, wenn es mit den richtigen Leuten ist. Ist einfach so. Das stimmt. Hast du einfach... Also wenn ich mir überlege, wie wenn ich mit meinen... Ich will jetzt gar nicht jetzt sagen, mit den richtigen Freunden gar nicht. Nein, wenn ich mit Person Gruppe A, Person Gruppe B bin. Gibt es einfach die in der Person Gruppe A, echt kein Moment eigentlich, wo ich wirklich auf die Uhr gucke, außer ich weiß, ich muss weiter. Ich hatte neulich auch. Ich hatte zwei Treffen mit langen Freunden. Einmal eins und eins und einmal in der Gruppe. Und das war so lange. Und es hat sich einfach angefühlt wie eine, zwei Stunden. Es waren einfach so vier, fünf. Genau. Und das sind ja auch... Das haben auch voll viele mal geschrieben irgendwie, wo man sagt, es fühlt sich eigentlich nicht lang an. Und eigentlich die Diskussion ist total bescheuert, wenn man... Wenn ihr schon darüber anfängt zu streiten, ob etwas zu lang ist oder nicht, dann ist es einfach... Dann ist es schon von vornherein ein bisschen falsch. Das stimmt. Jetzt kommt eine weitere Theorie. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich glaube ja, dass wir unsere Wohnungen eigentlich nicht abschließen müssten, denn man würde doch eh nicht in eine offene Wohnung reingehen. Das heißt, um es nochmal weiter zu... Weil ich hab... Er hat mir vorher das kurz gesagt. Ich so... Du meinst also mit abschließen, dass sie offen sind? Die haben einen Spalt... Jetzt alle, die das jetzt hören. Also nicht einfach nur zuziehen, sondern sie müssen offen sein. Nein, sie sind offen. Ihr geht in eurem Hausflur, wenn ihr in einem Mehrfamilien... Nennt man das Mehrfamilienhaus? Ja. Wenn ihr in einem Mehrfamilienhaus wohnt, wisst ihr, was ich meine. Ihr geht den Stockwerk runter und ihr seht, bei euren Nachbarn steht die Tür ein Spalt offen. Ihr würdet ja nicht reingehen. So, das heißt... Aha, stopp. Ihr würdet ja nicht reingehen. Können da alle zustimmen gerade? Ja, ich... Ach so. Meinst du, ich geh zu sehr von mir aus? Flo, du hast, als wir im Urlaub waren, bei dem Haus von uns da, das war eine Tür, die kann man sozusagen so rund mit in der Klinke, ne? Also das heißt, man kann sie auch von draußen auch öffnen. Und die ist grundsätzlich offen, weil das da auch normal ist. Die ist noch nicht mal einen Spalt offen, sondern sie ist geschlossen, aber sie ist nicht abgeschlossen. Das heißt, man kann einfach so rein. Da hast du dich doch gewundert und hast gesagt, dass wir die immer zu haben müssen. Da wäre ich im Urlaub. Montenegro. Was ist mit dir passiert? Weiß ich nicht. Ich habe neulich nur überlegt, warum man sich so kirre macht mit so Abschließen und so. Und auch dieses Thema Einbrüche, so was soll denn bei uns, also was soll denn, klar, wenn man sich jetzt über Jahre hinweg irgendwelche Luxusgüter irgendwie in der Wohnung, aber was soll denn in der Wohnung geklaut werden? Wow. Also, okay. Wenn, also würde doch keiner reingehen. Punkt A, ich wäre die Erste, die reingehen würde. Punkt B, natürlich nur, wenn ich wüsste, dass keiner drin ist. Ja, das meine ich ja. Genau, also, wenn die Tür ein Stück weit offen steht, dann ist ja erstmal so, man kommt da ran und erst mal denkt sich, okay, da ist vielleicht jemand gerade am Raus- und Reingehen oder was weiß ich, kommt gleich raus. Zwei Stunden später ist sie immer noch offen, dann würde ich wahrscheinlich vermuten, dass irgendwas passiert ist, würde nur aufgrund von Sicherheitsgründen mal fragen. Wenn ich dann aber checken würde, dass niemand da drin ist, niemand verletzt ist und es allen gut geht, beziehungsweise keiner da drin ist, dann würde ich doch nicht mich umdrehen und die Tür schließen und geh. Ey, die Person kann ja jederzeit wiederkommen, du würdest dich doch nicht da... Ja, dann würde ich sagen, ich wollte nur mal gucken, ob hier alles in Ordnung ist mit 50 Sachen in der Hand, die ich mir schon rausgesucht habe. Ja, okay, wie gesagt, das ist eine von meinen Theorien, die dann vielleicht nicht ganz aufgehen. Aber fühlst du dich wohl, wenn die Tür offen ist, wenn du drin bist? Nein, ich meine jetzt ganz komplett neu gedacht. Voll, aber es gibt total viele... Kulturen? Nein, nicht nur Kulturen, sondern es gibt total viele Menschen, die das offen haben. Muss man eigentlich mal testen. Ich weiß noch von meinem Ex-Freund, die hatten immer die Balkontür offen, also in deren Familienwohnung quasi, also wo die Mutter auch gewohnt hat. Ja, und irgendwann wurden die ausgeräumt. Das ist natürlich Wissenverbrecher sowas. Ja, ja, ich wollte auch gerade sagen, das macht Sinn, solange es nicht sich rumgesprochen hat. Also kurz, wenn ihr jetzt mal irgendwie kurz einkaufen wollt, lasst einfach mal die Tür auf und guckt. Und ich frage mich... Leute, macht es nicht, bitte. Und vielleicht, wenn ihr wiederkommt, bin ich mir ziemlich sicher, dass noch alles da ist. Aber macht es doch nicht nach. Aber das ist doch genauso, wie wenn man sagt, lass deine Tasche doch irgendwo stehen. Ich bin sicher, dass die keiner mitnimmt. Ja, gut, das ist jetzt noch ein bisschen mehr, weil Situationen machen Diebe. Wenn du jetzt draußen eine Tasche siehst, ein Dieb geht ja nicht zufällig an deiner offenen Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus vorbei, sondern es sind ja deine Nachbarn. Der Postbote hat sich bestimmt auch gedacht, ach, das Paket kann ich einfach mal unten stehen lassen. Ich gebe ja zu, ich habe ja ein paar witzige Theorien. Ja, ist auch witzig. Ich weiß noch, woher der Ursprung ist. Okay, dann habe ich in der Stadt ein Paar gesehen mit zwei Riesenspiegelreflexkameras und habe mich gefragt, gucken nur wir uns unsere Bilder eigentlich nicht an, die wir machen oder machen das alle eigentlich nicht? Aber du warst schon kurz irritiert von der Kameraausstattung. Weil wenn dir jetzt jemand steht mit seinem iPhone, bist du schon eher, dass du sagst, ja, okay, alles cool. Ja, aber ich respektiere das Hobby und die Kunst. Ich auch. Ich hatte nämlich auch mal eine Leidenschaft für Fotografie. Mein Auge ist übrigens auch, hat sich stark weiterentwickelt, was ihr Melissas Feed entnehmen könnt. Aber ist ja alles normal. Also, Spiegelreflex, also nein, ich habe die beiden gesehen und dachte, im ersten Moment war ich nicht, ich fand es mit der Ausrüstung cool, die haben das Rathaus fotografiert in Hamburg. Als du wenig Bilder vom Rathaus gibst, ne? Nein, wirklich, das hat mich nicht verwundert. Ich habe nur gedacht, wir gucken uns unsere Bilder ja eigentlich nie an. Jetzt frage ich mich, wenn Fotografieren deine Leidenschaft ist, die gucken sich die doch hoffentlich abends an. Ganz genau. Da gibt es solche Fotoabende. Wir sind einfach eine verstörte Zielgruppe. Wir sind einfach wirklich verstört. Wir gucken, und das muss man jetzt mal echt sagen, wir haben, glaube ich, für uns persönlich die schönsten Hochzeitsbilder, die man sich vorstellen kann, ja? Und wir haben sie uns noch nicht richtig angeguckt, ne? Einmal. Einmal. Wir haben sie uns angeguckt. Wir haben sie uns auch richtig angeguckt, aber wir haben nicht den Move gemacht und das werde ich bis heute eigentlich machen. Wir sind zu faul, um die auszuwählen, uns welche Auszüge zu bestellen, dass wir mal was in der Hand haben. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Das ist so peinlich. Sorry, das ist krank. Also das gibt es nicht. Das kann es eigentlich nicht sein. Dafür, dass ich irgendwie 60.000 Medien auf meinem iPhone habe, ja? Kann es nicht sein, dass ich nichts damit, dass ich die nicht verwerte. Leute, wir haben einfach noch nicht mal von unserer eigenen Hochzeit uns Abzüge bestellt. Uns ist es wichtiger gewesen, einen Feedposter zu erstellen, als uns Abzüge zu erstellen. Das ist krank. Deswegen, ganz ehrlich, wenn ihr die Hobby, wenn ihr die Fotografie liebt, wenn ihr da das Hobby zu habt, wenn euer Herz brennt, macht es. Ey, das ist real. So dumm es klingt. Das ist einfach viel cooler, als das, was wir hier machen. Ja, ja. Und wir schmunzeln immer drüber. Das ist nicht gut. Nee, ich schmunzle nie drüber. Ich habe nur gedacht, ich gucke selber Mini-Bilder an. Und der vierte Punkt, was hältst du vom Motorradfahren? Guck mal, ne? Also, erzählt auch Rollerfahren zu, also Moped. Mhm. Also, die Hardcore werden jetzt sagen nein, aber für mich ja. Also, es gibt ja nicht viel, was du mir verbietest. Aber Flo verbietet mir es, Roller zu fahren, also Moped, ne? Kennt ihr ja auch die Sharing, die sind ja Roller heißen so. Nicht die kleinen Roller, sondern die Roller. Und das wünsche ich mir schon. Ich wünsche mir das. Ich würde das gerne machen. So im Sommer und sowas, so auf einer Vespa. Aber ich darf nicht. Und ich habe das bis jetzt eingehalten, obwohl ich oft das Angebot hatte. Was denn für ein Angebot? Auf dem Handy, in der App wird das auch immer mit angezeigt. Ich dachte gerade von irgendwelchen Cycleheads. Nein. Nicht Cycleheads. Nicht Cycleheads. Motorheads. Motorheads. Also, grundsätzlich bin ich jetzt nicht so pro Motorrad, weil ich denke mir so, da fährst du dir echt direkt die Rübe ab. Und ich muss auch sagen, ist das nicht so attraktiv für mich. Weil wenn ich mir das anschaue im Sommer, wie die da mit ihrer Ledermontur ihre Routen da abfahren, die schwitzen so sehr, dass ich sage, okay, das brauche ich gar nicht. Das ist doch zu laut. Mir ist das doch viel zu laut. Aber so ein Moped, das ist so süß. Ich muss ja sagen, ich habe heute, ich finde das ja mega cool. Ich finde Motorrad mega cool. Echt? Ja, voll. Ich würde, ich hätte schon lange einen Führerschein gemacht, hätte ich nicht schon zwei Rollerunfälle gehabt. Kleinere im Ausland. Sorry, aber du. Das waren 125 Kubik. Das ist hier in Deutschland, wären das Motorräder gewesen. Ich gebe dir vollkommen recht, du gehörst einfach nicht aufs Motorrad. Das wollte ich sagen. Du machst das auf gar keinen Fall. Nein, vor allem die Motorradfahrer, die ich kenne, die sagen ja auch, egal wie gut, also das war beides mehr oder weniger meine Schuld, aber egal wie gut man selber fahren kann, die anderen sehen dich nicht. Das heißt, du kannst teilweise das gar nicht verhindern. Genau, und obwohl du perfekt fahren würdest, ich würde es dir zutrauen, ist einfach zu gefährlich, weil die anderen würden dich nicht sehen. Ich glaube, ich würde ganz okay fahren, ja. Ich kann mir das, ich stelle mir gerade vor, wie du oft Motorrad mit dem helft. Ich hätte so ein richtig cooles BMW Motorrad. So ein Silber. Du würdest dich so fühlen. Ja, na klar. Erinnerst du dich noch, als wir auf Mallorca waren, in dieser Straße, wo der Motorradfahrer runtergebrettet ist, der fast aufgestanden ist währenddessen? Achso, ja. Ja, so würdest du sein. Nein, ich wäre nicht so laut, laut. Er war laut, laut. Ich finde den Move cool mit Auf- und Absteigen und dann bereitet man das so vor. Und dann macht es so. Und dann gucken die Leute. Mir ist sowas so unangenehm. So Prollo, ne? Es ist so ein Show-Off. Wahrscheinlich wäre mir das dann auch zu prollig, weil mir ist es ja schon unangenehm, als wir mal diese Leihautos, diese Megasportautos hatten, das war mir ja schon unangenehm, da einzusteigen. Das heißt, wahrscheinlich wäre es mir doch zu unangenehm. Es ist dir viel zu laut, du hast das. Nee, die Show wäre mir doch zu unangenehm. Und ich bin einen Tick zu groß für ein Motorrad. Ein Freund von mir hat einen Roller, der ist zu groß für den Roller. Weil dann deine Knie an deinen Ohren sind. Wie, was sind die Knie an den Ohren? Ja, warum denn? Warum denn sonst? Weil es einfach so... Weil es nicht proportional aussieht. Die Maschine sieht kleiner aus als der Körper. Ich stelle es mir gerade vor, wie du wieder eine Giraffe einfach ausschaust. Ja, so. In Affe auf dem Schleifstein. Sagt man das nicht so? Ja, warum gesagt man das eigentlich? Ich verstehe das gar nicht. Naja, egal. Wenn ihr Motorrad fahrt, sagt uns nicht, wie schön das Gefühl sein kann, weil ich will es nicht... Naja, es muss ja mindestens... Wir lieben es ja schon auf dem Fahrrad. Ich weiß ja leider nicht, wie es auf dem Moped ist, aber es muss ja schon... Bist du noch nie im Moped gefahren? Ja, mir schon nie. Ja. Auch nicht vor meinem Verbot? Nein, auch nicht vor deinem Verbot. Weil sonst hätte ich mir ja... Man muss ja dazu sagen. Das muss man auch sagen. Das hätte ich mir nicht verbieten lassen, wenn ich es die ganze Zeit gemacht hätte. In Berlin geht es mir hauptsächlich um die Elektroroller. Ich finde die zu gefährlich, weil man die nicht hört. Fertig. Okay, dann hole ich mir halt einen Nicht-Elektro... Benziner. Einen Benziner. Ja, danke für die Dadas. Das ist witzig, ne? Ja, die waren gut, fand ich. Das waren kurz, aber ich glaube, die Leute verstehen hoffentlich, was wir meinen. Bist du bereit für das Thema, Melissa? Ich bin bereit für das Thema. Eigentlich. Ja, dann lies doch mal unsere Hörermail vor. Also, wir haben heute die Hörermail. Also, hey Melissa, habt ihr mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, wie viel Freiraum ihr euch gegenseitig gebt? Wie viel Zeit verbringt ihr jeweils alleine mit Freunden und wie viel unternehmt ihr mit Freunden gemeinsam? Und wie schafft ihr es, dass ihr beide dabei nicht zu kurz kommt? Finde ich ein sehr spannendes Thema. Ja, wir auch und deswegen... Wir hatten sowas ähnliches aber mal. Wir hatten sowas ähnliches, genau. Wir hatten nämlich, glaube ich, diese Freiraum-Geschichte. Was aber ganz spannend ist, was sie fragt, ist dieses, wie viel Zeit verbringt ihr zusammen mit Freunden und wie viel alleine? Und da muss man... Ja, was wolltest du sagen? Sack, sag. Ich überlege. Da muss man sagen, haben wir, da wir zu einem Zeitpunkt zusammengekommen sind, wo unsere Freundeskreise eigentlich schon standen... Genau, und wir haben zero gemeinsame Freunde. Also auch nicht, nachdem wir uns kennengelernt haben, kam auch kein Zufall, dass wir gesagt haben, ah, witzig, die kennst du auch oder den kennst du auch, sondern ich habe alle neu kennengelernt, sorry, ich habe alle neu kennengelernt, Flo hat alle neu kennengelernt von meiner Seite. Da gab es tatsächlich gar keine Überschneidung. Es klopft, einen Moment. Wir sind wieder zurück. Also, Freunde, genau. Was hast du als letztes gesagt? Das ist eine gute Frage. Der Paketbote hat uns aus dem Takt gebracht. Ja, auch wenn wir vielleicht schon mal über so Freiraum oder sowas gesprochen haben, das Freundethema ist ein bisschen präsenter gerade bei uns. Wir haben auf jeden Fall, ja, keine gemeinsamen Freunde so richtig gehabt, aber haben jetzt im Laufe der Zeit, jetzt ist auch ein bisschen was vergangen, schon so einen gemeinsamen Freundeskreis, der zwar jetzt von dir aus mehr kam. Ja, ich weiß, wen du meinst. Ja, aber du brauchst jetzt auch nicht so, weil, und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, wenn ihr vielleicht auch in der Situation seid, weil ich habe das schon öfter gehört, dass Partner, Partnerinnen irgendwie nicht vielleicht viel mit dem Freundeskreis anfangen können oder so. Und dann ist es natürlich auch immer an der eigenen Person, wie ist man überhaupt dazu eingestellt, wie offen ist man und wie sehr lässt man es überhaupt zu, dass auch wenn am Anfang es vielleicht nicht so rund lief, man trotzdem das nicht aufgibt und trotzdem versucht, mit denen eine Beziehung aufzubauen. Mit den Freunden. Mit den Freunden vom Gegenüber. Und der gemeinsame Freundeskreis, den ich gerade angesprochen habe, das muss man einfach sagen, das ist nur daraus entstanden, weil da nicht direkt ein Haken hinter gemacht wurde am Anfang, wo es schlecht lief und ich gesagt habe, ist mir egal. Also liegt es quasi an deinem Durchhaltevermögen, dass ihr jetzt close seid? Ohne eingewildet zu sein, 100%. Okay. Und natürlich von der Person, die da, oder den Personen nicht, aber zwischen uns, muss man echt sagen, war das, ist das ein großer Unterschied gewesen. Mein Statement gibt es nach der Vorstellung eines weiteren Partners von unserem Podcast, Partners, Partner von unserem Podcast. Und das ist Koro, Koro Drogerie. Ihr kennt alle Koro. Koro hat jetzt was Neues. Koro hat die Koro Fresh Mischbox. Und das ist eine Box voller Obst und Gemüse. Nämlich, glaube ich, sechs, zwischen sechs und acht Kilo. Genau. Zwischen sechs und acht Kilo frisches Obst und Gemüse. Das könnt ihr euch nach Hause bestellen. In einer Einzelbestellung. Oder sogar in einem Abo. Aber das können die selber nochmal gucken. Genau, weil die Details sind, oder? Genau, die Kondition könnt ihr euch selber mal auf der, übrigens ist eine eigene Webseite, korofresh.de. Wusste ich auch nicht. Ah, geil. Falls ihr euch fragt und falls ihr noch nie von Koro gehört habt, Koro Drogerie ist ein Online-Shop. Dort gibt es Großverpackungen von Nüssen, Trockenfrüchte, Superfoods. Inzwischen muss man sagen, Koro ist seit 2019 unser Sponsor, fast zweieinhalb Jahre. Koro hat sich sehr weiterentwickelt und Koro hat gefühlt, kommt da jede Woche was Neues. Also, ihr habt mit dem Code 2220er groß und zusammengeschrieben, spart ihr fünf Prozent auf eure Bestellung. Also checkt das aus. Werbung Ende. Werbung Ende. Also, wie ist dein Statement dazu? Mein Statement ist folgendermaßen. Ich bin ein sehr offener Mensch. Du bist. Ja. Ich bin ein sehr offener Mensch und ich habe mir meine Freunde über die letzten Jahre, die, die mir wichtig sind, nah an mir gehalten. Ich gebe sehr viel für Freundschaften. Ich gebe, ich lege sehr, sehr viel Wert auf Loyalität. Ich würde nicht sagen, dass ich Menschen keine zweite oder auch dritte oder vierte Chance gebe. Ich bin da, wie gesagt, sehr, sehr, sehr offen. Melissa. Moment, es ist ein Unterschied. Ich will dich kurz überwenden. Kann ich erst mal ausreden? Aha. Sehr offen, nein, nein, nein. Du verbindest gerade offen mit, äh, nein, falsch. Okay, aber sag weiter. Falsch. Es gibt ja kein Falsch im Richtig. Das ist falsch. Das ist ganz objektiv gesehen falsch. Du bist ja nicht objektiv. Du kannst beim ersten Moment offen sein, auf dem ersten Moment, aber du bist einer der wenigen Menschen, die ich kenne, die sehr nachtragend ist und sehr schnell abhakt, wenn es dir besser in den Kram passt. Ja, aber das ist ja, das zweite, was du genannt hast, ist ja eine Art Bequemlichkeit. Das hat ja nichts mit Personen zu tun. Ich hake generell ab, wenn ich jetzt denke, nö, das brauche ich nicht. Genau, danke, hast du ja bestätigt. Das ist bequem und das ist auch richtig. Ja, aber trotzdem kann man doch offen sein. Das eine schließt das andere doch nicht aus. Genau, du bist offen, aber du bist nicht offen, dass du sagst, ich bin voll offen gegenüber neuen Freunden. Das bist du nicht. Ich war sehr offen gegenüber neuen Leuten. Bis zu dem Punkt, wo es für dich unbequem wird und wo es für dich auch bedeutet, dass man Arbeit in etwas reinsteckt. In Bezug auf allem, aber jetzt in diesem Thema auch Freundschaften. Mhm. Das, okay, aber erzähl ruhig weiter. Nee, du hast mich ja jetzt hier schon in die Pfanne gehauen. Guck mal, ich will dich überhaupt nicht in die Pfanne hauen, aber Fakt ist einfach. Ich komme mir gar nicht zum Reden. Achso, ich wollte dich doch gerade reden lassen. Nee, nee, erzähl ruhig. Ich wollte dich da nicht in die Pfanne hauen. Es geht aber einfach nur darum, dass jetzt gerade das, auch in Bezug auf Freundschaften, es spiegelt sich, dieses Thema spiegelt sich in deinem ganzen Leben wieder. Und was unsere Freundschaften angeht, die Freundesgruppe, die wir haben, ist wirklich, und das meine ich wirklich ernst und das auch nicht, weil ich jetzt so toll bin oder was weiß ich, nur daraus entstanden, dass die und ich, oder gerade mit einer Person, dass wir so erwachsen genug waren, und das habe ich sonst echt selten gehabt, dass man einfach über Sachen reden konnte und sehr, sehr ehrlich miteinander sein konnte. Und diese Ehrlichkeit, die fehlt, glaube ich, an deiner Stelle, um es vielleicht dann auch mit meiner Seite auch so zu tun. Und, um pass auf, darüber hinweg zu sehen, wie Leute sind. Und dass du, das ist eben... Ich mag deine Freunde voll. Voll, du magst sie ja auch, aber mit Grenzen. Es hört dann damit auf, dass die nicht dann immer dabei sein müssen oder was weiß ich. Und das ist... Weil ich halt auch viel Zeit in meine Freundschaften investieren will. Aber das, aber das gebe ich, also das ist ja nicht so, dass ich dir das nicht gebe. Jetzt ist ja die perfekte Situation, wo du zum Beispiel auch limitiert bist in der Zeit, wie du deine Freundschaften machen kannst, weil du einfach in einer anderen Stadt bist. Was ja einfach perfekt dafür wäre, einfach auch offener zum Beispiel und deine Zeit in meine slash unsere Freundschaften zu stecken. Die Möglichkeit zu geben, dass sie dich kennenlernen und du sie. Weil sowas, es funktioniert nicht, einen gemeinsamen Freundeskreis aufzubauen, wenn das nur einseitig ist, dass man sagt, okay, ich versuche, die Leute zu deuten, aber lass niemanden an mich heran. So funktioniert das nicht. Das kann nicht gesund wachsen. Und ich merke ja auch, man wird immer entspannter. Und es ist vollkommen klar, dass wenn man so ungefähr nur jedes dritte, vierte Treffen mitnimmt, weil man sonst einfach sagt, nö, ach, macht ihr, Mama, kein Bock, dass da gar nichts entstehen kann. Erst jetzt... Naja, nee, jetzt ist auch mal Schluss. Also jetzt muss man ja auch mal sagen, auf was für einer Basis sind Freundschaften jetzt bei dir zum Beispiel entstanden und was habt ihr für eine Historie? Was hat der neue, in Anführungsstrichen, oder der Partner, der dann kommt? Dann liegt es an den Leuten und an der Gruppierung, wie diese inneren, innigen Freundschaften schon was für einen Halt haben. Wie sehr ist der Zug schon oft abgefahren und ihr macht euer Ding und ihr lasst anderen Leuten gar nicht die Chance, überhaupt auf diesen Zug aufzusteigen? Ich rede jetzt. Das habe ich so oft mit bestimmten Leuten erlebt, dass ich dann für mich einfach sagen muss, guck mal, ich glaube, wenn wir uns jetzt mit diesen Freunden, die eventuell von meiner Seite aus kommen, treffen, die sind einfach in bestimmter Hinsicht viel, viel offener und interessieren sich viel mehr für dich oder deine Person, als wenn ihr bei euren Treffen einfach so seid, wie ihr vielleicht vor 20 Jahren auch schon seid und wo ein Neuling einfach nichts mit anfangen kann. Und ich bin so dankbar, dass du das jetzt so sagst, weil wenn wir, das war jetzt das Beispiel von dieser einen Gruppe, die jetzt gemeinsame Freunde sind, dieser Zug ist jetzt, wenn du es so deuten willst, dieser Zug ist umgekehrt so oft abgefahren, er ist so oft abgefahren und es hat sehr viel, es hat Jahre gedauert, bis man sich überhaupt angenähert hat. Glaubst du denn wirklich, dass es so ist, dass man sagt, okay, der Zug ist einmal abgefahren und tja, das geht halt so nicht? Es dauert einfach. Es ist einfach, es müssen viele Situationen sein. Glaubst du wirklich, dass ich mich, ich habe mich bestimmt 15 Mal wie ein Arschloch gefühlt bei manchen Treffen? Man hat, ich habe gar, ja, du siehst das jetzt nicht so, aber ich schon. Nee, ich auch. Genau, voll, aber so. Ich fühle mich immer noch wie ein Arschloch, du hast dich so gefühlt. Aber woran liegt es denn? Okay, warte, wir wollen jetzt gar nicht so detailliert, weil es müssen ja auch noch Leute folgen können, aber ich habe doch viel öfter, ich bin mit in Urlaube gefahren, das ist bei dir so weit weg, ich weiß gar nicht, wie weit jemand weg darf. Ich war doch auch in Mitte bei Urlauben. Flo, nee, komm, jetzt wirklich bei, das ist nicht fair gerade. Was ist nicht fair gerade? Du sagst doch hier deine Meinung, ich sage meine Meinung. Nein, ich finde das gerade nicht fair, weil ich glaube nicht, du versuchst gerade das, was ich zum Beispiel... Du hast mich voll, wie gesagt, das ist ja auch alles, ich bin ganz relaxed. Du hast mich, du hast doch hier voll deine Meinung gesagt. Du hast mich mäßig, hast doch gesagt, was dich stört. Nein, das ist ja auch alles gut, aber ich glaube einfach, dass man einfach auch mal realisieren muss, ganz grundsätzlich, dass man denkt so, wenn deine Freunde gut genug für dich sind, dann sind sie es für mich erst recht. Das ist einfach Fakt. Es muss nicht so laufen, dass man sagt, das muss alles perfekt für mich sein. Nein, das sind die Freunde, jetzt von meinem Mann, von meiner Frau und ich respektiere das. Voll und das, ich bin mega respektvoll. Genau, für mich bis zu einem nicht so weitreichenden Grund, wie ich es mir vielleicht gerne wünschen würde, ich würde ehrlich gesagt mir wünschen, dass es vielleicht sogar ein bisschen mehr ist, das ist aber mein Wunsch, mein Traum, aber so, ich muss, ich habe das dann auch für mich irgendwie geklärt, so, aber das bedeutet nicht, dass das, ich habe einen anderen Anspruch da, ich habe wirklich einen anderen Anspruch, auch dass es für dich passt und da muss man auch sagen, anscheinend passen, dann sind Ansprüche unterschiedlich. Voll, ich finde, wir hatten viele Situationen, es ist ja auch nicht so, als würden wir jetzt das, also ihr merkt schon, wenn ihr zuhört, wir haben getrennt, wir trennen das hauptsächlich, also Melli hat ihre Freunde und ich habe meine Freunde, teilweise vermischt es sich jetzt und Melli würde sich noch mehr wünschen, dass es mit ihren Freunden auch mit mir mehr vermischt wird. Das ist auch nicht nur meine, also meine Auffassung ist sowieso einmal diese, dann auch die Auffassung, wie es andere auch wahrnehmen, weil die ja auch mitbekommen, dass ich viel auch vielleicht mit unserer gemeinsamen Gruppe, die ja auch eher deine Gruppe ist, da fühlen sich Leute schon relativ nahe. Jetzt muss ich nochmal, jetzt müssen wir natürlich dazu sagen, dass wir schon auch, das hat sich jetzt natürlich ja alles sehr schlimm angehört, dass wir schon auch zum Beispiel jetzt über die letzten Jahre zwei, drei Paare aber kennengelernt haben, wo wir, das sind jetzt quasi nicht, ich bringe Freunde aus meinem Freundeskreis mit und Melli bringt Freunde aus ihrem Freundeskreis und dann guckt man, wie gesagt, die letzten zehn Minuten, was die Diskussion war, habt ihr ja mitbekommen, sondern wir haben nochmal... Das ist auch voll schön, so mit uns gewachsene Freunde, die wir auch, das ist ja auch nochmal ein Unterschied, dass du Leute kennenlernst in deiner Beziehung, dementsprechend wären auch dann, ne, passt es dann so, wenn die auch in einer Beziehung sind, das wächst dann halt so zusammen. Genau, also wir haben jetzt immer mehr und da ist auch irgendwie nie, da müssen wir irgendwie nicht diskutieren, weil wir da beide auf demselben, weil wir beide gleich gewachsen sind, weil wir beide einen gleichen Stand haben, weil wir uns gleichzeitig näher kennenlernen, das passiert nicht zu, ich kenne jetzt Melli schon 20 Jahre und deswegen können wir hier machen, was wir wollen und bla bla bla, sondern die sind, wie du eben schon richtig gesagt hattest, mit uns gewachsen und da sind wir schon, das macht mir immer, das macht uns beiden sehr viel Spaß. Voll, so wie ich das auch gerade raushöre, ist glaube ich eher dein Problem, dass du das Gefühl hast, dass etwas kategorisiert wird und damit kannst du nicht umgehen. Jetzt dieses, okay, ich kenne sie schon so lange, also habe ich hier jetzt das Sagen oder was weiß ich. Okay, egal. Auf jeden Fall finde ich es auf der anderen Seite, um jetzt auch mal ein gutes Argument zu nehmen, super, super schön, weil ich kenne das auch von Freunden, die einfach damit strugglen oder Freunden, dass eben kein Leben mehr da ist alleine, also dass wirklich alles zusammen gemacht wird, dass immer der Partner mitgebracht wird, dass es nur vielleicht sogar einen Freundeskreis gibt und ich bin unheimlich dankbar, dass das bei uns eben nicht so ist und jetzt muss man auch mal ganz ehrlich sagen, eigentlich waren auch die ersten Male so, oder es ist oft immer noch so, dass wir das bewusst trennen, dass ich sage, nein, ich gehe jetzt hier weg und ich möchte auch mein eigenes Ding gerade machen und jetzt erst wahrscheinlich mit dem Versuch, dass man es irgendwie so ein bisschen mehr mischt, ist einem aufgefallen, dass es vielleicht ein bisschen nervig ist. Zu der ganzen Diskussion muss man halt auch sagen, ich genieße es mit meinen engen Freunden sehr und du mit deinen sehr. Voll. Ohne, dass wir uns da jetzt mitnehmen müssen. Genau und ich, auch so, was wir auch gar nicht so Fans von sind, sind tatsächlich diese Vierer-Dates, wenn sie mit lang gewachsenen Freunden sind. Also wir sind offen für Vierer-Dates, wenn es so neue Leute sind, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so Lust mit meiner besten Freundin und ihrem Freund. Nein, wo man, ich würde halt ständig denken, was laufst du hier gerade von der Scheiße, ich kenne die seit 20 Jahren, mache hier doch jetzt keine Heckmeck. Genau, das ist es. Wir hassen das. Wir hassen das. Das stimmt. Deswegen sind wir da sehr froh, dass man so, dass wir so Paare kennengelernt haben und mit denen so gleich gewachsen ist. Wie schafft ihr es, dass ihr beide dabei nicht zu kurz kommt? Wir kommen nicht zu kurz. Wir kommen nicht zu kurz. Von Melissas Perspektive aus gibt es das sowieso nicht. Da komme ich, also da könnte ich auch gar nicht vorkommen. Und deswegen kommen wir auf jeden Fall nicht zu kurz. Du kannst vorkommen, aber ebenso, nur so wie ich das will. Jetzt haben wir es auf Tape. Nur so wie ich das will. So läuft es hier nämlich. Ja, nee, also wie gesagt, wir haben vieles einfach, es ist ja auch anders, wenn du, wenn du, noch eine Sache, wenn du eine Beziehung hast, ich glaube viel oder bei vielen Paaren hat es sich vielleicht auch vermischt, wenn die Beziehung losgeht, in der Zeit, wo man seine Freunde oder noch viele neue Leute kennenlernt. Das kann dann in der Abi-Zeit sein, Anfang des Studiums oder Anfang der Arbeit, wenn noch Freunde hinzukommen. So weißt du, bei uns ist es ja relativ gleich geblieben die letzten Jahre. Und daher ja. War auf jeden Fall eine hitzige Diskussion, ein bisschen abgeschweift sind wir, aber ich glaube, es war ganz hilfreich. Und ich glaube, dass darauf aufbauend können wir noch ein paar Sachen erzählen. Ich glaube, die Diskussion haben sehr viele in der Beziehung lebenden Paare. Entweder so oder wirklich dieses, dass alles zusammen gemacht wird. Also im Endeffekt, es bestätigt sich einfach immer und immer wieder so. Es ist halt eben nicht alles super perfekt, sondern es gibt voll viele Krachpunkte. Und manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal, keine Ahnung, stört es einem total, dass das so ist. Und manchmal ist es einem egal. Ich glaube, das ist ja dann auch die Arbeit, die dann darin steckt, dass sich Sachen eben verändern. Weißt du, und ich sage immer der Mensch. Es ist der Mensch und es ist nichts perfekt im Leben. Und das ist das Leben und das macht das Leben aus. Und wenn wir gehen, dann gehen wir. Ja, und im Endeffekt, die, die trauern, sind die, die zurückbleiben. Man selber merkt nichts. Weißt du, Flo, ich bin einfach nur froh, dass du ein sehr offener Mensch bist. Ich bin sehr offen und ich freue mich, wenn wir bald wieder feiern können mit deinen Freunden. Du kleines Sau. Wir hören uns nächste Woche am Donnerstag um 6 Uhr. Tim, 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 tim. Das war's. Das war's.